Interessant Ich steh wieder ganz alleine da aber das ist ja ein korps spiel das kann man mit mehreren spielen also denke ich mir mal dass wir dann auch mit mehreren spielen kann würde ich mal sagen so weil da gibt es doch nicht eher was stimmt damit nämlich jetzt aber nun der typ ich habe sowieso nicht verstanden warum du eine gasmaske kriegst jetzt kommen die ganzen minenarbeiter hier da wollte ich jetzt eigentlich nicht hinschießen glaubt es geht los hier war das hätte ich mal eine geile beleuchtung ach leider zu tief so ein dreck da muss das wackeln immer genau das timing haben jawohl das war aber geiler effekt alter diese bumme sieht aber auch stark aus schade etwas zu tief außer körperteile gibt es hier nicht viel also sind nicht du da ja der müsste ich glaube ich gekriegt haben jawohl ja das war einer hast du mal so auf wackelkönige da wackelkönige da jawohl weg mit dir das gibt es nicht zieht ihr mal wieder hoch aber das musste ich jetzt nutzen ganz knapp der hat aber glück gehabt dahin die glatt zerrasiert mit der kugel alle heftig ich das also scharfschutzgewehr ist geil so dass du hier so die möglichkeiten hast und auch schaffe zu machen kann das also noch sind noch nicht fertig das kabel das im ersten da hinten weil er nicht ganz so viel wackelt kann leider nicht viel erkennen das geht das das geht auch das das so das nicht das hier werde ich wohl glaube ich so schnell nicht rauskommen kann man sehr in dem nicht sehr schwer erkennen außer die augen ist das einzigste und das war knapp halt auch der braucht sein ohr nicht mehr das muss sein ja ja er hat definitiv richtig große futterluke jetzt es gab mal wieder ruhe aber man muss sein denn und da komme ich jetzt nicht weiter ich muss nach unten muss auf die andere seite ich fühle da sind Das ist eigentlich ein Kind. Oh ja, oh ja, oh ja. Doch, 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 doch. Ja, Junge! Hala, oh nur Pena! da kommen die treppe zugemacht ja er könnte ganz gut gebrauchen nein 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 das gibt es doch nicht den hätten aber jetzt auch ja 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 jetzt habe ich gerade mal ruhe aber wo wie komme ich da hinten hin da führt nirgends von weg rüber ja warte mal hier oben ist ja munition ach ach hey geil muss ich da heute jetzt was wegschießen vielleicht ich bin das ein gell er muss da rüber aber wie weiss haben wir jetzt irgendwas nutzen kann oder so da geht es nicht weiter da komme ich auch nicht lang da komme ich auch nicht zu lang die kleine treffer über mir kann ich lang ich bin noch ein hamster ich suche mir einen wolf da oh man wieder voll das ist gut das ist so dunkel im spiel ich sehe kaum was oh man das kann glaube ich nichts gutes das war ich ja jetzt so 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 hat aufgenommen so 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 deswegen der geschützturm so 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 Nein! Ich kann nicht runterführen. Ich kann nicht runterführen. Ich kann nicht runterführen. Ich bin hier. Da fall ich auch noch, Arschloch. Ja! Na, komm schon runter hier, Kaffeetüten! Ich hasse Treppen! Ach, Mann! Das war echt knapp, Mann! Ist da noch welche hochkommen? So, was haben wir da? 17. 30. Da haben wir noch Munition, die wir noch einsammeln können. Nein! Oh, Mann! Okay, das war gut! Das hört sich gut an, oder? Was? So! Das bringt ja nichts, wenn wir umgeladen in den Krieg ziehen! Okay! Okay! Das kann ich nicht akzeptieren! Kann ich nicht! Warte! Dann mal hier rein! Und safe! So! Munition aufsammeln! Jawoll! Das haben wir auch! So viel Munition! So viel Munition, so viel schöne Munition! Hihihi! Ah! Herrlich! Auch 8! Was? Ja! Und mal 7 von 100 Schuss wieder! Ah! Die beiden mal! Das ist... 6 von 18! Na! Zeig mal! Mhm! Da ist schon eher was! Was haben wir hier? Nun! Nein! Munition müssen wir doch eigentlich jetzt wieder voll haben! Danach brauchen wir da nicht! Da ist auch voll! 160! Ja! Wir hatten ja von 300! 32! Von 100! 30! Hm! Ich bleibe bei der hier! So! Mit diesem kleinen Einblick, Freunde, würde ich mal sagen! Ich weiß doch gar nicht, wo ich lang muss! Da anscheinend nicht! Da geht's raus! Okay! So! Mit dem Blick, würde ich sagen! Erstmal Aufnahmestopp! Und bis dahin! Ihr habt euch wohl! Seid nett und artig! Und... Ja! Bis zur nächsten Folge! Würde ich mal machen! Oder? Ich hoffe es euch gefallen hat! Daumen, Daumen, Daumen nicht! Egal! Ciao mit V!